Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich Willkommen hier zur Weihnachtsfolge von Mielekrafts Gisolated. Hier nehmen wir die Mutzi, der Kinzi und der Brainy. Hauptsache ich bin beide, wenn ich Kinzi sage. Hey, was geht denn mit dem Brainy-Eck ab da? Scotty, beam me up! Tschüss Brainy! Wir haben heute was vor, ich kann es ja mal kurz erklären. Wir können alle fliegen heute und wenn ihr euch daran erinnern könnt, wir haben ja in unserer Special-Folge, in der hundertsten Folge, diesen super Tannenbaum gebaut. Den super schiefen Tannenbaum, wofür Hiro auf jeden Fall noch... Ja, Hiro, es ist deine Schuld, wir müssen das jetzt erstmal hier reparieren. Haben wir ja auch schon angefangen zu reparieren. Genau, also Hiro hat den mitgebaut, Tibrant war noch dabei und heute wollen wir ihn schmücken, passend zum Weihnachtsfest. Weil ja heute der 24. ist, soll der natürlich auch etwas schöner aussehen. Genau, und ich habe auch noch einen Fehler entdeckt, ich brauche nochmal hier Glowstones. Es gibt keine Fehler! Wie heißen die denn jetzt, sind das Oakleaves, oder? Mach doch einfach einen Mittelklick drauf, dann hast du sie. Du kommst einfach hier in die Kiste. Ja, du kannst auch dir den ganzen Scheiß aus der Kiste nehmen, ja. Jetzt zerstöre ich schon meine Items versehentlich hier. Oh, oh, oh. So. So. Ah, so geht das. Gucken, ob wir uns einig werden hier überhaupt. Ich häng Kugeln dran. Was für Kugeln denn? Ich will auch Kugeln dran hängen. Ich mach Neonlampen dran. Erstmal machen wir den gerade. Würde ich sagen. Huch. Huch. Es wäre mies, wenn... Was ist denn... Was ist das hier? Ach, das sollen die Kugeln sein? Das sind Kugeln. Naja. Wird der gerade? Und was nehme ich für Blöcke? Hm, wo bist du? Wo bist du hier? Ich möchte Pink. Pink? Ich wollte jetzt Blaue geben. Nee. Was hat das denn hier? Pink für eine Dame natürlich. Gucken, ob es für eine pinke Blöcke ist. Also, Emeraldblock könnte man für Grün nehmen. Ja, ich guck nämlich auch gerade. Nehm ich halt Wolle. Wieso nimmt ihr nicht Neonlampen? Die sind doch toll. Ich krieg Gänsehaut. Gänsehaut. Och ne, die sehen doch total kacke aus. Welche denn? Ah, hier ist es aber auch noch... Ich brauch noch Blätter. Das geht so gar nicht. Einfach untexturierte Kacke. Wenn du Gold machen willst, wohl sowas. Nun texturierte Kacke. Hintzi, guck mal da. Das sieht doch besser aus. Warte. In meinem Texture-Pack. Ich probier jetzt mal so ein bisschen was. So, ich glaub ich hab einen relativ... Die leuchten nicht. ...schön hintergekriegt, oder? Die Spitze? Ja, doch. Kann man lassen. Kann man das so lassen? Obwohl, ich würd vielleicht noch ein bisschen was hinten dran machen. Aber wenn du von dir guckst, sieht's noch ein bisschen unsymmetrisch aus. Was können wir denn hier? Von eurer Insule aus. Ich werde euch noch nicht zeigen übrigens, was auf dem Schild steht, liebe Leute. Ich werd's auch noch nicht zeigen. Hier, Kinzi, der ist auch noch schön. Ah, den hatte ich auch grad dran gedacht. Hehehehe. Nur weil ich Lapis gesagt hab. Das sieht jetzt richtig schön aus im Dunkeln. Ja, den hinsch eben schon. Ich hab hier nochmal... Was? Welche Kugel nehmt ihr denn jetzt, oder was als Kugel? Irgendwas. Was? Ich hab mir jetzt drei Blöcke hier rausgeguckt, und zwar Fancy Redstone Brick, Fancy Lapis Brick und Fancy Gold Brick. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Du bist aber Fancy heute. Ja. Die hängen auch schon alle am Baum. Also wenn ihr euch sie mal begutachten wollt. Und was machen wir jetzt? Hm? Wie sieht der aus hier? Oh, es ruckelt, es ruckelt. Wie sieht sowas aus? Das muss weg. Ja, nee, nee. Guck mal was. Wir brauchen den Fancy Redstone Block. Soll doch Fancy sein. Ja, Rot haben wir ja dann auch schon. Das kann ja eine Sorte bleiben. Wir brauchen noch Grün und Gelb. Ja, ich hab Gold. Also Gelb können wir Fancy Gold. In Gold. Gelb hab ich Block of Gold. Hast du was mit dem gegeben? Nee. Ich hab hier irgendwas rumgeworfen. Aber hier, der sieht schöner aus. Der ist Fancy. Ja, stimmt. Wie kann ich denn Items destroyen? Äh, indem du auf den Survival Inventory gehst, da hast du ein Destroy Item. Icon. Destroy Item Icon. Gibt's auch einen Fancy Emerald Brick? Survival. Survival. What? Ach da. Ich seh hier sonst halt auch einfach nur Wolle. Hm. Aber das passt halt jetzt nicht so gut dazu den anderen, ne? Das ist halt so strukturlos so. Ja, der Emerald. Eigentlich müssten wir auch einen Stern machen, ne? Für die Spitze. Mhm. Boah, sind wir schief gekommen. Hat einer von euch die Zeit, ähm... Ja, ich hab die Zeit im Blick. Agathe Time. Ja, es tut mir leid. Also, äh, es gibt keine... Dann möchte ich jetzt doch wohl blau, weil pink gibt's ja nicht. Wir können auch Lametta machen. Jaaaa. Jaaaa. Und das für ne grüne Kotze. Sag mal, gibt's da nicht noch Wasser? Oh. Das musst du aber unten dann abfließen lassen, ja. Nehmen wir jetzt Block of Gold oder bleiben wir bei den Fancy Goldblöcken? Oder bei den Fancy Zeugs? Die Fancy. Und ich find die Fancy auch schöner. Komm, dann machen wir nur die drei Farben, oder? Kann mir ja jemand Fancy geben? Und da was ist'n das? Und da was ist'n das? Ähm... Redstone? Nee. Warum machst du? Hör mal auf. Ach so. Mach unten eins rein. Decoration? Nee. Building Blocks, oder? Äh, gib doch einfach Fancy ein. Ja, wo kann ich denn hier? Die Suche ist denn hier die Suche? Wo kann ich das überhaupt eingeben? Äh, oben rechts weiße. Da, ich hab's schon. Nancy. Oh, was geht? Nee, ich muss mich um die Blätter kümmern. Tut mir leid, also das geht's mir gar nicht. Ja, mach das mal. Ui, Lametta. Und was ist, wenn wir Fancy Netherric noch dazu nehmen? Das sieht ein bisschen anders aus, ne? Das können wir auch machen, ja. Aber... Da sind am Ende fünf... Wie kann man sich die Blöcke... Hab ich noch nicht kapiert. Auf sie ist treu. Einfach nehmen. Nein, nein, ich meinte ähm, suchen. Ach da, Search-Item. Ah, okay. I got your base. Das muss weg. Eigentlich müssten wir's zum Abschluss der Folge nochmal schneiden lassen. Alter, nee, das ist zu viel. Das ist übertrieben. Da sieht man wohl den ganzen Baum nicht mehr. Was ist denn das? Blut? Nein. Äh. Liquified redstone. Das ist echt ein bisschen krass. Okay. Alles klar. Sieht aber wirklich ein bisschen satanistisch aus irgendwie dann, der Baum. Ich weiß ja auch nicht. Ich... Vielleicht sollten wir das mit dem Lametta lassen und erstmal die ganzen... Blöcke setzen. Oh, nee. Jetzt ist alles kaputt hier. Ja, echt. Das ist ähm... Unmöglich hier. Ich mach das grüne mal weg, ja. Den grünen Lametta. Ja, mach mal. Ja, mach mal. Setz einen Glock hin. Warum ist da unten schon wieder alles voll? Was? Äh, ich war das. Incy war da ein Geist. Ich hab Incy da eben gesehen. Ja, ich musste das versetzen, weil der Baum war schief und ich musste eine Reihe Blätter wegnehmen. Ganz toll. Der ist immer noch schief. Äh. Das kommt davon, wenn man zu viert an einem Baum arbeitet, ey. Dit wird nix. Dit wird nix. Ihr könnt ja mal erzählen, was habt ihr denn so für Wünsche zu Weihnachten? Wünsche. Äh. Weltfrieden. Aber was habt ihr euch gewünscht? Ich hab mir eigentlich nur PC-Sachen gewünscht, um ehrlich zu sein. Wuhu. Okay. Ich glaub, der Baum brennt. Und ihr so? Hm. Ich bin eigentlich vom Schluss glücklich. Neun PC? Ich hab mir gar nix gewünscht, ja. Ja, ich hab mir auch nichts gewünscht, muss ich sagen. Ja, aber sonst hätte ich auch nicht gewusst, was ich mir sonst wünschen soll, um ehrlich zu sein, weil aus dem Alltag, glaub ich, bin ich draußen, wo ich wirklich konkrete Wünsche äußern kann. Ja. Also ich, ich bekomme sowieso, äh, Geld jedes Jahr. Klar. Das ist gelb hier. Schon besser. Guck dir mal bitte die Spitze von dem Baum an. Bitte. Das ist nicht besser geworden. Oh mein Gott. Schön. Das nennt man doch mal einen Stern. Oh. Ach so. Ah. Holy fuck, was ist das? Ja, das macht den Baum natürlich um einiges schöner. Wenn du das, wenn du das, wenn du das auf zwei Blöcke reduzieren kannst oben oder auf einen vierer Block, dann könnte ich mich vielleicht damit arrangieren, aber ist ein bisschen übertrieben sonst so. Ach Quatsch. Ey, das leuchtet durchweg. Das kann man gut nehmen, um Beleuchtung zu machen. Na klar. Wenn du das oben bei Schild setzen könntest, dann okay. Ja, können wir ja am Ende machen. Huiiii. Wisst ihr denn, was das ist? Ja, was ist denn das? Flüssiges Glowstone. Und das fließt nach oben. Und wenn man da drin steht, dann bekommt man Speed und Jump Boost. Echt? Ja. Ach wie schön. Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Ziegelsteine scheiße. Sollen wir Ihnen mal ein bisschen Weihnachten reden hier? Ja, Weihnachten ist das Fest der Hiebe. Was gibt's denn bei euch zu essen? Stern von Bethlehem. Ähm. Ja. Roland. Ich glaube, soweit ich weiß, macht die Lebensgefährtin von meinem Vater so, die kann so richtig geile Suppen und die macht eine Kürbiscreme-Suppe, weil sie gefragt hat fast, Daniel, was möchtest du essen? Ist das der Miau-Bot? So. Und dann, was? Ich muss grad bei Suppen ruhen an den Miau-Bot reden. Ach so, ja. Und dann hat sie gefragt, Daniel, was möchtest du essen? Du kannst dir das Essen wünschen. Ich mein, boah, keine Ahnung. Aber als Vorspeiser hätte ich gern diese Kürbiscreme-Suppe, die du so gut kannst. Und dann hat sie gesagt, okay, gut. Jetzt guckst du mal, was er machen kann. Und du hast nicht Pizza gesagt? Äh, nein. Oh, lecker Pizza. Hm. Nicht an Weihnachten. Warum? Und ich glaube, am ersten Weihnachtsfeiertag oder am zweiten gibt's Raclette. Da freu ich mich auch schon drauf. Das ist bei uns immer so eher Silvester-Essen. Okay. Wobei, kann auch sein, dass es dann Silvester gibt. Ich weiß nicht mehr. Also bei uns gibt es, ähm, ja, Rotkohl, Kroketten, Klöße, Rosenkohl und ich glaube Gans. Das ist dieses Mal. Oh, na gar nicht. Na gar nicht. Na komm ich noch kurz vorbei und ess mal kurz den Gans mit und dann fahr ich wieder. Also ihr müsst euch eure Kugeln hier nochmal ein bisschen angucken, weil ich hab hier einiges geändert. Ähm. Ähm. Äh, was ist? Ähm. Können wir das mal wieder dunkel machen? Bitte? Letztes Mal wollt ihr noch alle Tage haben. Wie geht denn das? Wie geht denn das nochmal? Was ist denn? Bin ich denn? Flash. Joppi steht Depot. Nee, geht nicht. Nee, musst du ja nur Toka machen. Bitte? Geht echt nicht. Warum kann ich denn keine? Weil du wohl die Rechte nicht hast, denke ich mal. Hm. Vielleicht hast du ja die Linke. Warte. Wie geht denn das? Setz Time und dann? Soll ich Nacht machen oder was wollt ihr? Ja. Amateure waren hier am Werk. Amateure. Ach, war's. Ich kann wieder Nemes nehmen. Hey, was ist denn Nacht? Nacht ist 15.000? 15.000? Ja. Ja, so. Cuckuu, guckuu. Ja, hier oben sind irgendwie gar keine Kugeln dran. Das ist auch blöd. Soll das jetzt diseases jetzt so bleiben mit dem Ding da oben oder was? Was ist denn mit dem fancy Netherric freak, der kann ja auch weg oder? Geil. Das stimmt hier noch nicht. Oh, ich finde das ganz schick, das mit dem... ...glowstone. Was? Ja, mit dem Glowstone, aber ähh. Wir können auch. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Den übertriebenen Stern. Wir haben doch hier einen Stern, oder nicht? Mach das mal weg. Werde beworfen mit, äh, womit? Mit Schneebellen, oder? Mit Schneebellen. Bitte? So, da ist so. Können wir hier irgendwo was ranmachen? Und da ist mir eigentlich egal. Kloster und Haut gar nicht mehr ab. Hä? Glowstone, wieso haut der ab? Nee, der haut nicht mehr ab. Nö, der haut nicht mehr ab. Aha. Hier einfach nochmal ein bisschen was drauf. Schwämme. Na, jetzt haut er doch langsam ab, oder? Na, du süßer Glowstone? Hm. Versaut? Was? Wer ist versaut? Du. Oh, okay. Kannst du uns auch was sagen, was wir noch nicht wissen? Naja, ein bisschen schief ist es immer noch, aber, ja. Och, pappalapapp. Nicht so wild, dann denke ich mal. So, was kann man denn noch Schönes machen? Ich glaube, der ist jetzt gerade als vorher, oder? Was ist denn das? Ja, besser auf jeden Fall. Ganz kriegen wir es nicht hin. Da bin ich ja die ganze Folge sonst bei. Jo. Dann müssten wir ja eben, deswegen. Kugeln. Ich will kugeln, kugeln. Haben wir uns geeinigt? Ich hab's nicht mitgekriegt. Haben wir uns auf die fancy Dinger geeinigt? Ja. Okay. Fancy. Fancy Dinger sind fancy. Fancy. Kann ich auch, kann ich auch fancy Diamond Brick nehmen? Zeig mal, wie der aussieht. Weiß und bla, türkis. Nein, du kannst doch keine Inva-Spitzen da drauf machen. Bist du denn das Wahnsinn? Inva? Hi. Warum? Wie gehen die denn? Die kenne ich gar nicht. Kriegt man Schaden, wenn man darauf hält. Yep. Egal. Hatten wir nicht einen Stern? Die werden heute nicht für Mob-Farms benutzt. Nee, wir hatten keine Sterne. Jetzt habt ihr ja schon so viele Kugeln dran. Nino. Bin auch. So. Das ist ein Diamond Block hier bei mir. Der weiß, der weiß türkise hier. Also bei mir ist er das zumindest in meinem Texture-Pack. Okay. Passt auf, dass es nicht so überladen wird. Warum? Mit Weihnachtskugeln. Ist schon recht viel dran, nee. Ja, ich glaube, das reicht eigentlich schon fast. Wie könnte man denn einen Stern? Ja, einen Stern aus Glowstone, oder nicht? Wollen wir nicht einen Stern machen? Wir können ja auch... Ja, sag schon. Was ist das denn? Kleine Dinge annehmen, wenn wir eine Säge haben. Aber die müssen wir uns erst machen, ne? Da sind auch noch welche in der Kiste unten. Sind schon gesägt. Da sind noch welche drinne. Ja. Sehr schön. Aber nur Cover, oder? Ich glaube nur Cover. Ja, auch normale. Also das... Alles, glaube ich, noch drinne. Aber die Säge nicht. Aber ein Feuerzeug. Wie kann man das da oben jetzt noch wegmachen? Das ist ja auch da. Da sind noch Infested Spruce Leaves drin. Wir können den auch... Wollen wir den weiß machen? Den Baum. Weiß? Meinst du Schnee drauf, oder? Nö, ich habe an Maden gedacht. Maden? Okay. Aber Schnee wäre natürlich auch toll. Das wäre auch cool, oder? Ja, oder wir lassen es hier einfach schneien. Ja. Das wäre nicht noch geiler. Geht das so einfach? Ja, wenn wir hier in einem Schneebium sind, ist das ganz einfach. Ja, also da, wo unsere Bäume hier sind, schneit es ja. Aber ich, ähm... Hier ist ein Kommando, um es regnen zu lassen. Ich kenne das Kommando, um Regen abzustellen. Set, du kennst du da so? Set, äh... Ja, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Weather, orange, rain. Ich weiß nicht, ob ich das in einer Folge hinkriege, ey. Tugel... Slime Crystal. Abfall. Okay, das war ein bisschen verzweifelt. Wir haben auch bald die Zeit erreicht. Ach, Quatsch. 15 Minuten. Was? Wir sind schon bei 15 Minuten. Ja, das geht, äh... Noch eine Folge dranhängen, so wie es aussieht. Bitte? Ja, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre, ich höre. Mein Stern soll ja auch Ruch ein bisschen... Ach, scheiße. Ja, aber... Mein Weihnachtsvoll kann Ruch 24 Minuten. So sieht es aus. Wie heißt noch dieses Ding hier unten, was ich gerade weggeschlagen habe? Alterna? Creative sind. Hier diese Signal-Dinger hier. Gnall-Ding, äh, äh, Bacon. Ähm, Magnum-Torch. Ach, Bacon, wo ist eigentlich meine... Meinst du die? Nein, nein. Darf mal einen Mittelklick drauf machen. Du meinst lieber. Nein, nein, ich hab schon hier. Ja, alles gut. Was macht denn hier rum? Was ist schon wieder da? Warum macht denn so ein Block rum? Hä? Bist du unsichtbar? Nein. Du bist ein Block, warum bist du ein Block? Warum bist du unsichtbar? Ich bin nicht unsichtbar. Natürlich bist du unsichtbar. Nein. Boah. Ich hab dich gesehen eben. Ja, dann kann schon nicht unsichtbar sein. Doch, ich hab den Block hinten rumschweben sehen und hab dann auf den Block geguckt und dann hat der Wolfram gestanden, also. Erzähl mir hier nichts vom Pferd, ja? Das kann ich... Passt das natürlich wieder nicht wegen des Schildes hier? Ja, die leuchten sowieso nur mit einer, ähm, mit einer Metallpyramide unten drunter. Ja, ja. Schade. Ja, dann hat unser Baum keinen Stern jetzt. Das ist ein bisschen doof. Ich arbeite dran, ich arbeite dran. Ah, okay, okay. Ich arbeite dran. Aber ich hab auch gerade noch nie Idee, wie wir da einen Stern hinbekommen können. Kannst du dich mal wieder sichtbar machen, bitte? Ja, gerne. Warum? Verwirrt euch das? Ja, das ist doof. Mach das jetzt. Ja, nicht nett. Du hast ja irgendeinen Trank gesoffen, ne? Mhm. Mhm. Ah, nein, mach das glaubst du unabhängig. Mach mal, mach, 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 mach. Ja, und jetzt? Ja, nee, das, das float anders, als ich dachte. Das ist schon wieder weißer ist das schon wieder, ja. Dort ist wieder drei Stunden, bis das weg ist. Nee, ich hab nur in einem, nein, echt. Also ich wollte jetzt, was wollte ich eigentlich? Echt, jetzt kann man sich da jetzt nicht noch mit. Kann ich denn da keinen, doch, müsste eigentlich gehen. Ja, ich rede mit mir selber, ich weiß. Ah, okay. Richtig, ich beobachte dich. Schönen, schönen Gruß. Ähm. Ähm, 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 wie krieg ich denn hier hin? Wie kann ich denn auf mein normales Inventar zugreifen? Wenn ich den mach? Ja, dies geht. Lebe auf die Kiste unten rechts, unten rechts klickst. Hm, klar, da fehlt noch einer. Mmh, ich brauch noch einen Notch. Bin gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ja, ich muss nochmal zum Table hin. Nee, lauf. Der Brainy steht auch irgendwo. Ja, ich gucke gerade was. Falsch da. Suche gerade was, um ehrlich zu sein. Ja, 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 ja. Aber du hast irgendwie verloren. Nuke. Nicht Notch, Nuke. Ah, jetzt hab ich die weggemacht. Jetzt brauch ich die nochmal neu. Verdammt. Kann man nicht netherstar, kann man nirgendwo draufsetzen, ne? Na, leider nicht. Ähm, den nochmal durch. So, dann hab ich wieder Strip. Gut. La, la, la. La, 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 la. Ja, außer wegen Kreuz. Küchenkreuz. Gut. Also, ich wollte jetzt mit Microblocks arbeiten. Mit was? Ach, hier gibt's ja Microblocks, ist ja wahr. Ja, mach doch einfach mal. Ja, ist gerade ein bisschen besetzt. Ja, dann hau weg. Hau das Ding weg. Klir. Äh, sorry, Hero. Oder lass mal das Schild. Wieso? Nee, ich weiß das noch nicht. Ich hab das extra die ganze Zeit geheim gehalten. Ey, wenn du das mal aufs, ich dachte, ihr habt's schon abgekriegt. Ich hab die Weihnachtsbrille auf. Oh, Mann. Die Weihnachtsbrille. Nein, das geht nicht. Warum geht das nicht? Sehr gut. Ich find die geil. Na gut, wenn es weg soll, das Schild, dann lese ich's jetzt. Was, ja, dann lest mal vor. Was geht denn da? Das sind die Grüße von Hero. Nichts Besonderes, glaube ich, aber... Ey, macht den Hero nicht so runter. Groß Fest, lieben Groß Hero. Groß Fest auch für dich, lieber Hero. Jetzt kannst du's wegmachen. Ich wollte das eigentlich ganz romantisch enttarnen im Schnee. Nee, die können wir die nicht so zwischendurch da haben. Ach, wie süß. Du, gib mir mal was davon. Los, hol das Herz. Hab selber Herz. Komm, überall jetzt noch Herzen zwischen. Das ist ja toll. Oh, Herzen. Oh, dann hab ich auch was Pinkes mit drin. Siehste, ich denk doch mal nicht. Ich will einen Gruß an Damakash. Falls du das sehen solltest. Nein, dann anders. Blöcke würden dir gefallen. Menno, das ist doof. Warum? Kann ich das, so kann ich das machen. Oh, ja, sehr schön. Wo sind denn die Mikroblogs? Sehr schön, sehr schön. Mach schon wieder alles, nur nicht das, was ich machen soll. Weil, wir machen jetzt wirklich nur noch die Spitze, oder was? Wie sieht das aus? Ja, eigentlich nur. Eigentlich ja. Da brauchen wir aber nicht so fünfte an der Spitze rumzumachen, oder? Also rummachen würde ich gerade eine. Fünf sind ja auch schon mal nicht, also. Das war auch... Kinnzapfel, hörst du dem Geräusch? Ja, entschuldige, ich bin gerade am überlegen, am Brain Lake. Da muss noch ein Bübel rein. Da muss noch ein Bübel rein. Irgendwas hin da. Pschuuu, bam. Alter, das ist so noch nicht geplant. Ich will nur die... Du machst die auch noch überall hin? Was? Entschuldigung, nein. Hörst du das Geräusch? Welches Geräusch? Hörst du das nicht? Schade. Ich hör auch nix. Ach du... Vielleicht auch besser? Kitsi, guck mal, ich helf dir. Was machst du? Was machst du? Was... Warum hast du... Warum hast du eine Baumarschie in deiner Hand? Hör auf, dass du dübeln. Oh mein Gott, das sind jetzt auch so welche. Ähm... Jetzt seid mal ein bisschen weihnachtlicher hier. Singt mal was oder so. Hab ich verpasst. Alter Schwede, was ist denn das? Was denn? Was hast du? Ich mach erstmal ein Kreuz. Dann baue ich da ran. Im Ernst jetzt? Was haben die alten Männer im Kopf? Wie scheiße siehst du denn aus? Wo findest du das denn? Wo findest du das denn? Bei Open Blocks... Was ist das? Mir wird visualisiert, wenn du irgendwas baust. Oh. Okay. Weil ich sonst alles nur grau sehe. Sachen nix. Das heißt so kreuzig. Hörst du das Geräusch... Siehst du das Geräusch von mir auch? Mach mal was. Ne, ich bin dran. Ne, ich seh jetzt nix. Mach mal irgendwas. Also abbauen oder so. Ne. Ach, das geht gar nicht. Ich muss... Ich muss notch. Also ein ganz bisschen seh ich was. Aber ich seh nicht viel. So als hätt ich... Post. Ein Grauen Star. Ein Endstadium vom Grauen Star, ja. Was kann ich mit nem Cursor machen? Ey. Guck mal, ich kann nicht anklicken. Ach, hier gibt's die geile Kliste, die ich immer wollte. Klick, klick, klick. Das ist die mit den Beinen. Wo bist du denn? Oh, das muss noch viel höher. Muss das noch. Guck mal, Schneck, weil ich klick dich an. Klick, 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 klick. Ich seh grad nix. Ich bin ja grad auch bei denen. Ne. Oh. Da wird jemand angeklickt. Ja. Wie ist das Schnecker? Jetzt, jetzt, sei ruhig. Nein, ich hab grad das Inventar. Ich hab doch verdammt noch mal lautlos an. Mach das Handy aus. Ich kann's nicht. Es funktioniert nicht. Es reagiert nicht. Ich kann nicht. Es ist doch ein furchtbares Sound, ne? Das ist Xperia, ja. Nnennennennennennen. So, es hat... Äh, es hat nicht aufgeh... Es hat aufgehört. Oh, Gott sei Dank. Guck mal. Jetzt hab ich grad so sphärische Klänge in meiner Playlist gehabt und dann sowas. Okay, das möchte ich jetzt ausprobieren. Sehr schön. Das ist so ein ganz toller Baum, hab ich das Gefühl. So, ich brauch die Mitte von dem Teil. Oh. Die kann man ja noch anmalen. Wen? Ist das die Mitte? Wie sagt, kann man noch an... Oh! Nein! Oh! Was war das? Das ist nicht die Mitte. Ich hatte auch grad einen Spack. Was? Ist das so die Mitte? So. Wie kann man denn eine Item Cannon... ...laden? Ja, von uns zum Brainiac. Wir sind hier zum Bauen. Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Kannst du dich bitte auch um den Weihnachtsbaum kümmern? Ich finde aber grad... Wie kann man die denn starten? Was für eine Ehre, dass ich die Spitze machen darf. Ich stimme mit dem Leaver oder so da vorne dran. Ah, Mondo! Jetzt helf hier! Los! Kriegst einen Pinsel, kannst anmalen hier. Toll. Ich finde es aber... Ist auch cool, was... Was man hier machen kann. Was ist dann dein Village Leiter? Braini! Oh, ich... Oh mein Gott. Ich hab ein Loch in den Boden gemacht. Unmöglich! Ich muss mal die ganze Sache rosa anmalen. Das sieht eher nach orange aus. Naja egal. Wolltest du meinen Stern rosa machen? Ist das nicht gelacht hier? Ne, den Stern kann ich irgendwie nicht anmalen. Redstone ist anscheinend unpaintable. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass das Notches sind. Neckball. Was... Was... Was malen wir jetzt hier an? Guck mal! Wo bist du? Über dir. Über dir. Hui! Verdammt, das ist runtergefallen. Weil ich das so hingesetzt hab. Aber was zu mir sagen, ja. Ja, wieso? Ich schmücke den Baum. Mit Schwein. Da muss ich wieder kommen. Ich schmeiß hier hin. Zack! Ich baue Sterne. Wie kann man jetzt anmalen? Bäh! Häh! 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 Ich hab die Musik aus, das bringt ja nix. Nö, da haben wir einen ganz bunten Baum. Häh! Häh! Das sieht aus wie ein Matchbox-Auto. Ja, jetzt wird er auch gleich ein bisschen übertrieben bunt hier. Wir müssen jetzt aber auch so eine langsame Sicht zum Ende kommen. Ach, hör auf. Ja, komm, Überlänge. Überlänge? Mach nochmal dunkel, damit wir das nochmal... Na, das ist noch nicht fertig. Das kannst du so nicht lassen. Nee, das stimmt allerdings. Schön. Oh, wie schön. Lass mich trocken, wenn das jetzt noch schneien würde. Mein Gott, das sieht aus wie ein Riesenkreuz. Mann, wer... Ja, das ist ja auch nur noch. Also es wird ja erst noch zum Sternchen. Was machst du jetzt da? Jetzt sieht es aber kacke aus. Ja, das ist ja auch noch lange nicht fertig. Dann musst du hier an der Kreuzung auch noch nach rechts und nach links... Jaja, genau, ey, du hast mich durchschaut. Ja, dann dann mal ran, nicht lang schnacken, alle ran da. Also ihr könnt ja, ihr könnt ja... Ähm, ich kann euch versorgen. Einfach nur bei Building Blocks? Nicht mal hier in die Ecke. Unten in der Kiste. Gehen Sie, du gehst mal... Nee, da muss noch, da muss noch einmal eine Wand hoch. Dann kannst du anfangen. Weil es sonst nicht symmetrisch ist. Ich wäre symmetrisch. Du musst doch noch hier was drüber machen. Ach, da wolltest du auch hin machen. Ich wollte den zweidimensional machen. Der zweidimensional ist ja kacke, weil sonst den wie das Kreuz ja nicht. Ja, hab ich auch vorhin so überlegt, aber dann hab ich überlegt, du hast keine Zeit mehr. Aber ich kann hier die Kiste machen. Man hätte ja auch mal die Wunde aufmachen können. Warum ist hier ne Lücke? Was hast du da für Blöcke genommen? Was? Lücke wo? Das sind Micro Blocks. Ach, das sind Micro Blocks. Jo. Bam Bam! Was passiert da? Das sind Micro Blocks. Wo gibt's die denn? Wo gibt's denn die Micro Blocks? Ähm, die gibt's... Die gibt's... Durch die Saw. Wo gibt's denn die Micro Blocks? Natürlich... Naja... Ähm... Die gibt's durch die Saw. Durch die Saw. You wanna play a little game? Was übrigens noch mal so anderes einfällt. Bei mir gibt's leider gar keine Weihnachtsmusik. Bei mir auch nicht. Bei mir gibt's... Also ich hab Halleluja spielen lassen. Eiii... Am Anfang. Ich hab Metal. Also ich hab die Alchemisten. Weihnachts-Metal? Ich hab Blobber-IDM. Nein. Ich hab Blobber-IDM für eine Weihnachtsgröße an dich. Äh... Guck mal. Paul, weißt du, Steckball? Jetzt sehen wir natürlich von unserer Insel, sehen wir nur so ein zweidimensionales Ding. Ja... Voll traurig. Oh... Dann müsst ihr... Dann müssen wir nochmal Überlänge machen. Dann schnappt euch die Micro Blocks. Nee, das geht nicht. Bei mir sind wir schon bei... Bei... Bei 28, 29 Minuten. Ja, bei mir auch. Passt. Naja, naja, naja. Die Leute müssen das ja auch noch gucken, ne? Und an Weihnachten auch noch gucken, hallo? Genau. Um 6 Uhr haben wir eh keine Zeit mehr. Ach, war das hier schön aus. Jetzt können wir in der Mitte auch noch... Ja, das können wir auch so lassen von mir aus. Ähm... Warte mal. Nein, Kinzi, ist jetzt gut. Was? Wieso? Ja gut, okay. Wow. Dann da rein noch. Ich war jetzt die ganze Zeit so konzentriert wieder am Bauen. Das soll doch schön werden. Ja. Das hast du toll gemacht. Danke schön. Hey, was tust du du? Ich wollte es gerade wieder dicht machen. Kuhu. Huhu. Und tschüss. So. Gleich ist es vollendet. Mein Tagewerk. Ja, schön. Hast dir richtig Mühe gegeben? Ja. Gerade, dass wir den Stern nicht richtig sehen. Ja. Das kannst du ja aber bitte... Du kannst es ja vielleicht, äh, nochmal... Nein, in deinen nächsten Folgen. In einer anderen Folge vervollständigen. Genau. So, gehen wir dann wieder auf die Couch. Ja. Yay. Ich schmeiß mir erstmal eine ganze Brücke weg. Arschbombe, bam. So. Dr. Kinzi kommt auch gleich. Zur Sprechstunde. Setzt euch mal auf die Couch. Jetzt können wir über eure Probleme sprechen. Kinzi first. Was? Ich bin noch nicht ganz richtig. Ja, ja, ja. Ist klar. So. Schön. Schöne Brille hat der Brainiac dann. Oh, ja. Fancy. Lieber nur Joker, darf ich die behalten? Bitte, 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 bitte. Er muss natürlich immer was mitnehmen. Das letzte Mal war am Ferzen. Dann möchte ich ein Donations-Schwein mitnehmen. Ja, genau. Und ich möchte dann, äh... Und ich möchte dann, äh... Oh, ich muss kotzen. Ist klar. Ui. Ja, ihr Lieben. Der letzte Rest. Das war unsere Weihnachts-Folge. Ihr seht im Hintergrund diesen wundervollen, äh... Moment, ich mach mal F1. Ich schwenke auch mal rüber. Haltet bitte mal alle still und... Ja, warte, ich schuck. Äh, lächelt in die Kamera. Prins! Spaghetti! Der Stern ist schief. Carbonara! Ja, das sieht doch prima aus. Der Stern ist schief. Oder sieht das nur von hier so aus? Jemals. Das sieht nur von hier so aus. Ah, okay. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ganz viele erholsame, tolle Tage. Wir natürlich wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und ein ganzes Tag. Ja. Genau das. Ich denke mal, war da eben schon wieder ein bisschen egoistisch. Ja, bin ich auch. Geh ich auch zu. Und hoffen natürlich, dass ihr auch gut ins neue Jahr reinrutscht, ja. Ach! Weil nach dieser Folge wird's dann erstmal zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester keine Sky-Solated-Folgen geben. Oh ja. Wichtig, dass du es jetzt. Weil wir uns natürlich auch mal eine Auszeit gönnen wollen. Hui! Es wird dann im neuen Jahr werden dann wieder Folgen kommen. Pünktlich, äh... Ich hab jetzt kein Geländer da, keine Ahnung wann. Und... Neujahr. Ja. Neujahr. Neujahr, genau. Neujahr. Neujahr. Nancy oder mir. Oder Komak oder... Oder... Wer hat denn noch mitgemacht? Ach, hier. Der Kleiber war da auch dabei. Und der Flip. Vielen Dank. Ja. Und die Creeper. Ja. Und die Creeper. Special Sangs to the Creepers, ja. Genau. Nicht zu vergessen, die Zombie-Pigments. Hm. Ja. Also, okay. Auch die Blutfische. Tschüss. 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 Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.